So, wir wollen jetzt die erste Klasse hier zur Vorstellung auf die Bühne rufen. Masterman's Bodybuilding bis 50 Jahre. I would like to call on stage the category Masterman's Bodybuilding up to 50 years. Wir begrüßen hier Detlef Schmidt aus Deutschland. Der zweite Teilnehmer kommt aus Ungarn, der zweite Teilnehmer. Wir begrüßen mit Startnummer 67 Roland Adam Gall. Und dann haben wir aus Österreich bei uns die Startnummer 70 Thomas Lamminger. Ein Starter fehlt der Ugaus. Okay, anyway, we have to start. So, diese drei Athleten sehen wir dann jetzt gleich im Anschluss beim Posing. Wir können sie einstweilen von der Bühne bieten. Thank you, Athletes. Wir beginnen mit dem ersten Start in dieser Klasse beim Posing. Wir begrüßen mit Startnummer 53 aus Deutschland, Detlef Schmidt. Ich will deine Nummer wieder wählen, denn die Nacht war mir zu kurz. Ich komme um dir deine Zeit zu stehlen und danach war viel zu kurz. Wir können einfach nur zusammen sein und uns ansehen. Und vielleicht schließen wir die Tür und dann wird das abgehen. Ich denke alle, du bist der Hammer und ich will dem Arsch schwingen. Denn so wie du mich machst, kann ich dir nicht widerstehen. Wir werden für mich woanders so kleine Dicken drehen. Und wach da so bei raus, komm nah, da werden wir mal sehen. Denn alle, was wir wollen, ist ein kleines bisschen Spaß. Und komm mal da ins Rollen, geh mal gleich ein bisschen Gas. Dann gehen wir in die Vollen, denn wir sind ehrlich auf Glas. Also komm vorbei, girls, als hast du was verpasst. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Hammer, einzigartig, unglaublich. Hammer, du weisst, dass du übertrieben bist. Dankeschön, Dankeschön, Detlef Schmidt. Ein paar Probleme waren da am Anfang mit der Musik, aber jetzt hat sich das eingespielt. Mittlerweile haben wir auch den ersten Teilnehmer dieser Klasse aus Ungarn gefunden. Es geht nämlich hinten im Aufwärmeraum ziemlich zu, weil da so viele Leute sind. Ich begrüße also als nächsten Teilnehmer beim Posing bei uns die Startnummer 51. The next competitor from Hungary, competitor number 51. Please welcome Zoltan Cinco. Der erste Film nr. Der erste Film nr. Der erste Film nr. K.L.F.'s going to rock you. K.L.F.'s going to rock you. K.L.F.'s going to rock you. Thank you. Thank you. Soltan Sinko, from Hungary. We now are going to see the third contestant in this category. He also comes from Hungary. Please give a big hand to contestant number 67, Roland Adam Gall. Timetzis ! Timetzis ! Untertitelung. BR 2018 Danke schön, thank you very much. Adam Roland Gahl aus Ungarn. Und unser letzter Teilnehmer in dieser Klasse, der kommt aus Österreich. Wir begrüßen mit Startnummer 70 Thomas Lamminger. Wir begrüßen mit Startnummer 70 Thomas Lamminger. Wir begrüßen mit Startnummer 70. Wir begrüßen mit Startnummer 80. Und wir begrüßen mit Startnummer 70. Und wir begrüßen mit Startnummer 80. 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 So, wir binden jetzt die vier Teilnehmer dieser Klasse wieder gemeinsam auf die Bühne und kommen zu den Vergleichsposen und zum Pose-Down. Zoltan Sinko aus Ungarn, Detlef Schmidt aus Deutschland, Roland Adam-Gal aus Ungarn und Thomas Lamminger aus Österreich. Wir kenne die Contestants jetzt wieder auf die Stage für die Kompostory-Poses und die Pose-Down. Zoltan Sinko, Detlef Schmidt, Roland Adam-Gal und Thomas Lamminger. So, jetzt gehen wir es an, meine Damen und Herren. Willkommen zu den sieben Pflichtposen. Doppelbizeps von vorne und ab. Front-Double-Biceps. Thank you, relax. Front-Lat-Spread. Together. Go. Thank you, relax. Turn to your side, for side chest. Together. Go. Thank you, relax. Turn to your back. Back-Lat-Spread. Back-Lat-Spread. Go. Thank you, relax. Back-Lat-Spread. Together. Go. Thank you, relax, turn to your side for side triceps. Thank you, and from the front, abdominals and thighs, power from the Beine, together, go! Thank you, relax. Okay, we switch places now. 51 and 70 switch places, please. And number 53 and 67 also switch places, please. Ja, meine Damen und Herren, jetzt darf ich Ihnen noch vorstellen, unsere Leiterin der Präsentation auf der Bühne. Nein, du brauchst nicht wegschauen. Das ist die Veronika Arndios, ein großer Applaus für unsere Veronika, die das immer sehr professionell auf der Bühne macht. Dankeschön. So, der zweite Durchgang mit dem Pflichtpost. Doppelbizeps von vorne und Up. Front Double Biceps. Thank you, relax. Front Leg Spread. Together, go! Thank you, relax, turn to your side for side chest. Back Double Biceps. Back Double Biceps. Doppelbizeps von hinten und Up. Thank you, turn to your back. Back Double Biceps. Back Double Biceps von hinten und Up. Thank you, relax, back, let's spread. Gradissimo von hinten und Up. Thank you, relax, turn to your side. Side Triceps. Und jetzt von vorne zum Schluss die letzte Pause Bauch und Bein. Abdominals and Thighs. So meine Damen und Herren, jetzt dürfen Sie unsere Masters ordentlich anfeuern, dass sie noch einmal richtig Gas geben und sich ins Zeug legen hier im Ausdruck. And now, ladies and gentlemen, for the final time for our Masters, give them a big hand in the pole down, come on. Someday, we'll live as one family in this world of harmony. Someday, we all put together, we'll all be free. Someday, we'll live as one family in this world of harmony. Thank you very much. Dankeschön. Wir bedanken uns bei unseren Athleten in der Kasse. Männer, Masters, Männer, Bodybuilding. Bis 50 Jahre mit einem Applaus und bieten Sie von der Bühne. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.